So ein modernes Platt sieht auch schön aus gut. Wir haben das einfach nicht mehr flott Back-to-Basics zu gehen. Und dann ist La Plata genau das richtig. Weil an dieser Tapas-Bar zerwehren sie nicht mehr viel verschiedene Sachen. Butterfarer-Sauces, Anchovies, Tomaten-Salot und frischfrittiertes Fisch vom Dach. Wir sind in La Plata. Mein Name ist Anna. Ich bin eigentlich der Verwanderer. Er ist Jose Maria, mein Mann. Er ist Pepe. Er ist die wichtigste Person in der Firma. Also das ist das hier wirklich mega simpel. Mit all den Engredionen sind die Manns frisch und so richtig, wie sie es machen sollen. Und die Formel schenkt doch wirklich zu funktionieren, weil seit 1945 ein Allobend-Boot-Struppe voll. Untertitelung des ZDF für funk, 2017